Der Europapokal der Landesmeister 1991-92 war die 37. und letzte Ausspielung des Wettbewerbs unter dieser Bezeichnung, denn in der folgenden Saison wurde der Wettbewerb in Champions League umbenannt. 32 Klubmannschaften nahmen teil. Darunter 31 Landesmeister der vorangegangenen Saison und Roter Stern Belgrad als Titelverteidiger und Landesmeister Jugoslawiens. Das Wembley-Stadion war am 20. Mai 1992 Schauplatz des Endspiels. Zum ersten Mal nach der Katastrophe von Heisel 1985 nahm wieder eine englische Mannschaft am Wettbewerb teil. Die fünfjährige Sperre der englischen Klubs war zwar bereits in der Saison 1991 abgelaufen, jedoch durfte der FC Liverpool als Meister aufgrund seiner siebenjährigen Sperre im vergangenen Jahr noch nicht starten. Modus Die Teilnehmer spielten in zwei Runden acht Mannschaften für die Teilnahme an der erstmals stattfindenden Gruppenphase mit zwei Gruppen und je vier Mannschaften aus. Die beiden Gruppensieger spielten das Finale unter sich aus. Bei Torgleichstand zählte zunächst die größere Zahl der auswärts erzielten Tore, gab es auch hierbei einen Gleichstand. Wurde das Rückspiel verlängert und gegebenenfalls sofort anschließend ein Elfmeterschießen zur Entscheidung ausgetragen. Erste Runde Die Hinspiele fanden am 17.18. September die Rückspiele am 2. Oktober 1991 statt. Zweite Runde Die Hinspiele fanden am 23. Oktober die Rückspiele am 6. November 1991 statt. Gruppenphase Gruppe A Gruppe B Finale Beste Torschützen Eingesetzte Spieler FC Barcelona Siehe auch Europa-Pokal der Pokalsieger 1991 92 still UEFA-Pokal 1991 92 still 5 6 5 6 7 8 10 10 12 15